Ja, ich bin irgendwie, also man sagt mir immer nach, ich wäre total faul und würde den ganzen Tag nur rumsitzen. Aber Tatsache ist, auch wenn ich viel sitze, ich kann die Finger und meine, ich muss immer irgendwie eine Bewegung machen. Ich weiß auch nicht, sonst wäre ich ganz kribbelig. Also irgendwas an mir bewegt sich immer. Sind es die Füße? Ist es nur, sind es die Finger? Aber ich habe immer diesen leichten Bewegungstrang in mir. Weiß auch nicht, wo der herkommt. Kann ich euch leider nicht helfen. Was ich aber auch sagen kann, ist, was mich auch nervös macht, ist, wenn ich mit einer Tür im Rücken sitze, da kriege ich noch mehr Bewegungstrang. Also da habe ich immer den Bewegungstrang zum Weglaufen. Das kann ich euch ganz sehen. Ja, ich kann mich unglaublich schlecht entscheiden. Also wenn man mir entweder oder Fragen stellt oder so, dann tue ich mir damit total schwer. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich entscheide mich einfach nur ganz schlecht. Also richtig schlecht. Ich meine so richtig richtig schlecht. Episch schlecht. Ja, gut. Damit haben wir schon wieder die nächsten Fakten über mich zusammen. Also gut, bis dann!